Yo Willi, Gip Shop, war uns immer wieder und herzlich willkommen zu einer langersehnten Folge Minecraft Skywars Und ich weiß halt, dass es schon echt krass lange her, aber dafür habe ich euch heute ein sehr wundervolles Kit mitgebracht Wir spielen mit dem Wolfsjungen Kit Der Grund, warum so lange kein Skywars mehr kam, war, weil ich Auf Clover Auf jeden Fall startet das Wolfsjungen Kit mit einem Iron Helm von Versace 64 Knochen der Metzgerei Wittenhard Und 8 Wolfspawn Eier zum Mitnehmen Leute, hier habe ich Skywars echt krass vermisst, keine Ahnung Yo, da kommt einer Oder? Okay, ich setze die Hunde Scheiße Oh, 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 oh Holt euch, holt euch den Typen, holt euch den Typen Holt ihn euch Nein, er hat alle Hunde umgebracht RIP Na, eigentlich wollt ihr euch das zeigen So lootet ihr als erstes die erste Kiste Lootet die zweite Kiste Zieht euch die Rüstung an Setzt alle 8 Hunde hierhin Zähmt sie und liebt sie wie eure eigenen Hunde Der Typ ist auf dem Weg Komm her Boah Arschloch Komm, greift ihn an Greift ihn an, meine Schaden Greift ihn an Warum? Wieso geht der nur um mich? Holt ihn euch, holt ihn euch, meine Schaden Ab geht's, ab geht's Jungs, Jungs Ja, nein Was ist das denn für eine Pussy? Bau dich doch nicht weg, Mann So, ich hab jetzt endlich alle Hunde mal gezähmt In einer Sache Jetzt baue ich mich in die Mitte Und stürz mich ins Gefecht Kommt rüber, meine Schaden Kommt Oh Komm, greift ihn an Greift ihn an Greift ihn an Greift ihn an Oh Alter, greift ihn an Yo, das wirkt sogar Das klappt Das klappt Diese Hunde Oh mein Gott 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 Bye, have a great time Warum bin ich so dumm? Fuck Fuck Nachdem die letzte Runde ein völliger Flop war Muss ich mir jetzt eine ausgeflügelte Strategie überlegen Kommen die Hunde eigentlich mit, wenn ich mich irgendwo hinwerfe? Frage, die ich mir gerade stelle Ab in die Mitte Komm, komm an, komm an, komm an, komm an, komm an Yeah Freund, ich muss jetzt die Kraft bündeln Die ich von Sensei Dojo erhalten habe Diese Runde werden wir gewinnen Yo, über mir ist einfach ein Typ Hallo Komm, komm schnell Warum? Ey, komm Kumpelblase Panda Stirb doch Alter, das wird hier echt so eine Fail-Compilation Ich pack das nicht Was ist denn Es muss doch wohl wirklich sein, dass wir hier eine Runde gewinnen Nö Meine Hunde Kommt, meine Scharen Greift an Oha 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 Oha, Digga Ich muss weg hier Weg, 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 weg Hier, weg Ich gebe es auf Servus So Leute, das soll es ja auch von dem Video gewesen sein Ich hoffe, das Video hat dir gefallen Wenn ja, text mir deine Bewertung Lass einen freshen Abo da Und haut rein Macht's gut Und ciao